Peace, meine Freunde, herzlich willkommen zu neuen Videos auf meinen Kanal. Heute spielen wir BMG. Ihr habt gesagt, ich soll Bus fahren. Also nehmen wir die Busroute, select Map. Wir nehmen Westkos USA, das ist meine Lieblingsmap. Fieke. Flagged. Nice one. So. Ah, krasse Bus haben wir zum Selecten. So. Ähm. Normalen Bus. Hier einen mit Werbung. Den Nehmer. Select Fieke. Zettel tut. Ähm. Über die Autobahn möchte ich fahren. Also die Route auf jeden Fall nicht. Ich suche nur eine kleine. Die da sieht gut aus. Die ist mir klein. Warte mal, wir gucken mal die Nummer aufs Top 10. Ja, okay. Wir nehmen... Warte mal. Wir nehmen die da, ja. Wir nehmen die. Ähm. Hä? Habe ich mich verklickt? Habe ich mich verklickt? Ich will den da. Select Fiekel. Jetzt. Traffic. Yes. Street Stop. Request Bus Stopping. Kneeling. And Door Opening. Natürlich. Dann spielen wir Bus Simulator. In meiner Art. Weil ich habe keinen Bus Simulator. Um mal ehrlich hier zu sein. Nicht mal in Karte. Aber mir reicht es der Bus Simulator. Auch wenn es keiner ist. Mir reicht der. Blume Cheese. Meiner Meinung nach richtig geiles Spiel. Ja. Gibt es jetzt auch Multiplayer dazu? Ähm. ETS Multiplayer kann ich nicht spielen. Äh. Darauf gehen wir jetzt weiter auch nicht ein. Ja. Okay. Doch. Wir gehen jetzt drauf ein. Vor drei Jahren. Habe ich Zelle gebaut. Und war permanent gebannt. Vor drei Jahren. Ich habe vor drei Jahren noch ein Multiplayer-Videos gemacht. Und das. Da war auch noch so ein. So ein Daily Stream. Da hatte ich von YouTube diesen Blog. Aber wir starten jetzt erstmal die Busfahrt. Es gibt auch eine realistische zum Glück. So. Fahr mal. Sieht halt komplett wie ein GTA 5 aus. Äh. Wuppala. Ähm. Juckt noch nicht. Was für Junge. Ich bin doch perfekt drin. Was soll ich scheiße. Rückwärts. O und N müssen wir drücken. Das weiß ich. Und war es X oder N jetzt? Knil der Bus mit G. Ah ja. Noch runter reden. Okay. Ja Leute. Mein Bus hat einen minimalen Schaden. Oh. Wer fährt noch mit denen? Close Doors. Reiste Bus. Dann können wir weiter gehen. Schreibt mir wirklich was ihr vom Bus Simulator hält. Der ist besser als euer Bus Simulator. Sagt's euch. Anni hat der Schaden. Also Leute. Das Game macht mega Bock. Und es ist billig. Erstmal hupen. Oh. Ich bin doch rot. In Berlin jetzt spawnen ein Spaß. Junge was für. Spiegel rip off Junge. Bremsen. Also. Ne Junge. Ich bin so schlecht im Farben. Und jetzt O. Und Raisin. Runter. Geh. Bald gehen die Türen. Nimm auch Sachs. Aber ich. Ich hab nicht mal mein Spiel. O und G. Wohwohwohwohwohwohwohwohwohwohwohwohwohwohwohwohwohwohwohwohwoh. Ah ein anderer Bus. Ah. Der Blinker hat auf jeden fall den Sound. Abbiegen oder geradeausen? Ne. Abbiegen. Little Shiner. Little Shiner. Ihr fahrt jetzt nach Shiner. Ach da sind wir schon in Shiner. Junge, ich berühre es ja nicht mal. Ok, doch, ich berühre es. Find's lost im Busfall. Ja, und das ist unser Bus-Simulator. Wir fahren jedes Mal eine Route, das ist der beste Bus-Simulator in meinem Leben. Und ihr seht wirklich Crash-Animationen. Genauso rasen wie ich. Hier ist Little Shiner. Jetzt geht's rum. Die Saus sind einfach die besten von diesen... Langsam. Notbremsung. G und O. So. Aiuiuiui. Clark geht wieder zurück zu Royal Bank. Und Horizon wieder. Und weiterfahren. Werden die Zierne schließen. Also ich würde mit... Pferde einfach. Habe ich schon vorher sehen können. Habe ich schon vorher sehen können. Drehung. Wir sollen drehen. Habe ich was falsch gemacht. So. 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 Am Ende des Tages sehen wir schon mal eins, der Steve kann nicht Bus fahren. Das haben wir jetzt schon rausgezogen und werden es immer noch rausziehen können. Hä? Habe ich sie geschlossen? Ach, ich habe sie dann... Hä? Die vorderen Türen sind kaputt, deswegen kann ich da nichts mehr machen. Oh, Junge, 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 Junge. Weil ihr es bestimmt sehen wollt, so sieht unser toller Bus jetzt aus. Weil der Steve so gut im Bus fahren lässt. Boah, wer darfst jetzt einer an die Seite rein. Okay, und oh. Eigentlich haben die immer diesen Blinker noch rein, ne? Den warmen Blinker haben sie, genau. So. Der steht. Oh, Junge, ich kann die nicht stoppen. Mal reinfahren. Ich kann die nicht anders stoppen, du kleiner Horstie. Oh, Junge. Juck, mach nicht. Ah, ne. Können wir nicht woanders hin? Ah, dann machen wir es ganz einfach. Ich... Ich... Der Steve... Der Steve kennt schon die guten Tricks. Weil ich bin Profi. Also wenn es jetzt... Ah, hab auch was kaputt gemacht. Ja, that's it. Wenn wir in Zeiten von dem Schild geht's. Close the doors and rise the bus. Fahren wir los wieder. Jetzt haben wir die letzten Hallestation für heute. Zur Royal Bank. So, reinziehen. Da sieht man, der Steve ist fünster. Und als Fahren... ...lei Vollbremsung. Verstehe. Also, ich hab minimalen Schaden in unseren Bus heute reingefahren, aber ich bin noch in Übung. Freis der Bus und jetzt... Jetzt der Zug ist 8 Minuten 58. Weil wir einen Crash gebaut haben. Free Room. So, jetzt sind wir in Free Room. Das geht auch automatisch. Heißt, wir können rumfahren, wie wir wollen. Und jetzt gehen wir auf die 10 Minuten zu. Hehehe. Auf die 10 Minuten zugehen ist das Beste, was ihr tun könnt. Und da macht ihr einfach irgendeine Scheiße. Ah, den Crash mal weg. Ha, ha. Oh. 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 Fierze. Nie nass. So. Oh. Was macht denn der? Was macht denn der? Was macht der Bus? Hehehe. Ey, ja gut. Gut. Da sieht man, Busfahrer sind perfekt. Ist auch immer ein cooleres Perfekt. Aber spaßig geht es noch ab 10 Minuten. Ich mach's jetzt nur auf spaß noch. Ah, ja. Das geht. Das ist spaßigst der Item, finde ich. Dass er das Auto, den Bus jetzt hochziehen kann, sagen wir so. Da sieht man die kleine Map, aber feine. Oh. Kannst du alles befahren, das ist das Schöne. So. Jetzt landen wir auf dem Haus. Masch. Ja. Es gibt auf jeden Fall hier auch mehr Autos. Oh, Mods natürlich. Mods ist so das Hauptding von diesem Game. Muss ich letztlich sagen. Mods. 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 Ja, okay. Xxlpg. Und den ganzen Schrott. Und Schulbus haben wir auch. Replaced Courant. Der wird falschrum spawnen. Ne, wird er nicht. Oder doch? Es tut mir auf jeden Fall leid für den Sound. Und schau mal. Aber es passt. Minimale Schwierigkeiten. Die Textur habe ich nicht von diesem Stuhl. Wie geht das? Der kann gar nicht die Türen öffnen. Aber auf jeden Fall, das war's mit dem Video. Habt auch einen schönen Tag. Tschö mit. Wir sind Busfahrer der Erde. Aber und da haben wir die Türen. Ja.